Ich habe Hunger. Deshalb gehe ich ins Restaurant. Deshalb koche ich etwas. Deshalb koche ich etwas. Deshalb bestelle ich eine grosse Pizza. Deshalb bestelle ich eine grosse Pizza. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Deshalb trinke ich ein Glas Wasser. Deshalb trinke ich ein Glas Wasser. Deshalb bestelle ich ein grosses Bier. Deshalb bestelle ich ein grosses Bier. Deshalb bestelle ich mir etwas zum Trinken. Deshalb bestelle ich mir etwas zum Trinken. Ist das ein Staubsauger? Ist das ein Staubsauger? Nein, das ist kein Staubsauger. Nein, das ist kein Staubsauger. Nein, das ist kein Staubsauger. Das ist ein Lautsprecher. Das ist ein Lautsprecher. Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Nein, ich habe keine Kinder. Ja, ich habe einen Sohn. Ja, ich habe einen Sohn. Hast du ein Auto? Hast du ein Auto? Nein, ich habe kein Auto. Nein, ich habe kein Auto. Ja, ich habe ein 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 Auto. Hast du Hunger? Nein, ich habe keinen Hunger. Nein, ich habe keinen Hunger. Ja, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Nein, ich bin ledig. Nein, ich bin ledig. Ja, ich bin verheiratet. Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Nein, ich kann nicht schwimmen. Nein, ich kann nicht schwimmen. Nein, ich kann gut schwimmen. Ja, 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 ich kann gut schwimmen. Kannst du gut kochen? Kannst du gut kochen? Kannst du gut kochen? Kannst du gut kochen? Nein, ich kann nicht gut kochen. Nein, ich kann nicht gut kochen. Nein, ich kann nicht gut kochen. Ja, ich kann sehr gut kochen. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Mir geht es nicht gut. Mir geht es nicht gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Wie schmeckt dir das Essen? Wie schmeckt dir das Essen? Ich fühle mich nicht gut. Es schmeckt mir sehr gut. Es schmeckt mir nicht. Es schmeckt mir nicht. Was liest du? Was liest du? Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Ich lese eine E-Mail. Ich lese eine E-Mail. Was isst du gern? Ich lese eine E-Mail. Was isst du gern? Ich lese eine E-Mail. Ich esse gern Teigwaren. Ich esse gern Kartoffeln. Ich esse gern Reis. Ich esse gern Reis. Wie ist das Wetter? Es regnet. Es schneit. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Es ist bewölkt. Es windet. Es windet. Es ist heiss. Es ist heiss. Es ist kalt. Du darfst hier nicht rauchen. Du darfst hier nicht rauchen. Sie dürfen hier nicht rauchen. Sie dürfen hier nicht rauchen. Ihr dürft hier nicht rauchen. Sie dürfen hier nicht parkieren. Sie dürfen hier nicht parkieren. Sie dürfen hier nicht parkieren. Ich will Fernsehen. Ich will Fernsehen. Nein, du darfst jetzt nicht Fernsehen. Nein, du darfst jetzt nicht Fernsehen. Du musst zuerst deine Hausaufgaben machen. Du musst zuerst deine Hausaufgaben machen. Ich will Cola trinken. Ich will Cola trinken. Nein, du darfst keine Cola trinken. Nein, du darfst keine Cola trinken. Cola ist ungesund. Cola ist ungesund. Du musst dein Gemüse essen. Du musst dein Gemüse essen. ich will dich küssen. Ich will dich küssen. Nein, du darfst mich jetzt nicht küssen. Nein, du darfst mich jetzt nicht küssen. Du musst das Abendessen kochen. Du musst die Wohnung aufräumen. Du musst das Geschirr abwaschen. Du musst das WC putzen. Du musst das WC putzen.